Die Montage war sehr schön, sehr einfach, sehr unterhalten, wie der Bertram schon erwähnt hat, von Opa über Europa zu Europa. Ja, hat alles prima geklappt. Vielen Dank. Ich finde es ein geiles Signal. Es macht viel mehr Spaß, nachts natürlich, weil es alles ganz überstrahlt. Ich bin gestern Abend mal weggefahren, dann siehst du Europa sogar im Rückspiegel, wenn du die Straße runterfährst. Das finde ich ist ziemlich schön, ziemlich sexy. Also Freut mich, bin es langer Ereignis. Das hier. Danke.